Und ein Moinzen zu diesem Mix aus VfB News und Vorbericht für Nürnberg VfB morgen Abend 18 Uhr. Ich sage es ganz ehrlich, hatten wir schon ein paar Mal diesen Mix hier. Finde ich eigentlich auch ganz nett. Wir haben einige News auch abzuarbeiten und gleichzeitig einfach schlicht und ergreifend mit der gesamten Entlassungsgeschichte und Neubesetzung auf den Trainerposten, so Geschichten, ist Nummer 1 arbeitlich von der Arbeit her und eben jetzt auch hier von mir aus keine Zeit für einen richtigen Nürnberg-Vorbericht, sage ich mal, mit Kamera, Greenscreen, dies, das. Deswegen auf die Art und Weise plus dazu, so viel zu erzählen, gibt es dann eben im Pokal auch nicht im Vergleich zur Bundesliga, sage ich mal. Wir legen los mit dem VfB-News-Teil. Im zweiten Teil, ich habe ja hier Timestamps drin, geht es dann in den Vorbericht. Wir fangen an, Gerüchte, Küche, Nummer 1, richtiges Gerücht, auch so die Frage. Aber es gab mal eine Aussage vor einer Weile von Wohlgemut, die so ein bisschen in die Richtung geht, dass man natürlich Wahid Fahir, der gerade in Dänemark spielt, per Laie stark verfolgt und er hofft, dass er seinen Weg fortsetzt, weil er gerade ein bisschen besser unterwegs ist dort in Dänemark und dass er bei uns ins Team zurückkehren kann. Mal gucken, die haben eine Kaufoption, ob sie die ziehen können, ist die Frage. Ist ja auch wieder scheinbar irgendwie ein bisschen höher oder scheinbar ein bisschen höher als unsere Ablöse, die wir jetzt gezahlt haben. Das heißt, sie wären mehr als 3,5 Millionen. Ob das Nordseerland zahlen kann, ist die Frage. Auf jeden Fall steht eben die Tür offen für eine Rückkehr. Wird eh interessant, wenn im Sommer was passiert. Du hast also Gerasi, natürlich auch eh Nummer 1, die Frage, sind wir drin, sind wir abgestiegen. Wenn wir drinbleiben, Gerasi hoffentlich holen für die 9 Millionen. Dann hast du ja im Sommer einen Sanko, der zurückkommt, Fahir kommt zurück. Du hast den Milosevic neu dabei. Dann kommt ein Kasanaris noch dabei, Pfeiffer. Perea für mich ist auch ein Stürmer. Eh die große Frage, was im Sommer abgeht. Auf der Stürmerposition haben wir einiges. Auch ein Gerücht, was nicht näher vertieft wurde bisher. Die meisten, die ich jetzt hier anspreche, wurden nicht weiter vertieft. Auch nicht von deutschen Medien, sag ich mal, in manchen Fällen. Hier auch eine griechische Zeitung sagt, dass Dominik Kotarski beim VfB auf dem Zettel stehen würde. Nummer 1 von Paroks Lomigny, also ein Torwart. Mal gucken. Ich glaube, Torwart im Sommer, gerade wenn man in der 1. Liga bleibt, können wir schon erwarten, dass es da einen kleinen Umbruch gibt. Dann hier was zum Afropanos, das auch so ein bisschen darstellt. Dann ist die Frage, ob das stimmt, diese Forderung oder die Erwartungen beim VfB. Ich weiß nicht, ob die so stimmen, wie es die BILD berichtet. Aber auch darstellt, wo der Unterschied ist zwischen 1. Liga-Klassenhalt, wenn man im Sommer in Gespräche geht und Verhandlungen geht, und eben 2. Liga-Abstieg. BILD schreibt nämlich, wir würden gerne 30 Millionen haben im Sommer, wenn wir drinbleiben. Bei Abstieg reden wir über 15 Millionen, also um die Hälfte. Da weiß man natürlich schon, dass die anderen Klubs auch wissen, ihr seid abgestiegen, ihr werdet ihn verkaufen müssen finanziell. Da können wir auch ein bisschen weniger zahlen. Aber bei Afropanos habe ich auch die Hoffnung drauf, dass wir 30, ist vielleicht echt ein bisschen hoch, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall in die Richtung so 25 und ein bisschen drüber vielleicht bekommen könnten. Gab ja scheinbar im Winter auch, hat lauter Bild, äh lauter Bild, laut dem Kicker war es damals, auch ein Angebot aus England für ihn. Im Winter für irgendwie 20, 22 Millionen, wenn du selbst im Winter für den so viel Asche bekommst, wird das im Sommer hoffentlich auch möglich sein. Günstige Klausel, Bundesliga-Duo beobachtet Donkor, ähm, ja, Spieler von, äh, ja, Eintracht Braunschweig, ähm, interessant für uns. Linke Seite, Viererkette, Außenbahne, Mittelfeld, also linke Seite, das nächste Gerücht um jemanden, der Bonasosa ersetzen könnte im Sommer. Also ich glaube, da sind die Wege, oder, ja, sehr klar, dass es da im Sommer wahrscheinlich eine Trennung gibt zwischen Sosa und uns, also im Sinne von einem Transfer, einem Abgang. Das ist das nächste Gerücht hier, äh, zu ihm. Dann haben wir hier Zahnwipotnik, kam heute rein von Sky Sport, ähm, ja, Stürmer von Maribor, sind wir scheinbar auch interessiert dran, aber auch Hoffenheim und Gladbach. Und wie vorhin schon gesagt, Stürmer braucht man eigentlich ja nicht, wir haben genug Stürmer, also das würde mich schon wundern, wenn wir den, wenn wir da ernsthaft Interesse hätten. Gazi Begovic, auch ein Gerücht aus, ja, weiß gar nicht woher, aber auf jeden Fall aus keinem deutschen Medium, ähm, Rechtsverteidiger müsste das sein, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Gerade schwer, weil die Seite nicht übersetzt ist, ähm, aber nehmen wir so. Ähm, ist glaube ich ein Rechtsverteidiger, großes Talent, ja, sind wir dran, aber ob, ja, ob das was wird, mal gucken. Da warte ich immer eh noch gerne, ob es Sky ist, ob es der Kicker ist, STN, von mir aus auch Bild, äh, auch so auf deutsche Medien, um da ein bisschen, ja, die Seriosität zu verifizieren, ne. Hitz und Missentat, ich hätte es auch Ex-VfB nennen können, aber habe es ein bisschen konkreter gemacht mit Hitz und Missentat. Äh, äh, Hitzesberger steigt bei Aalborg ein, ähm, mit seinem Unternehmen Sports Strategy Excellence 22 oder 22, wie auch immer, steigt er wohl beim dänischen Erstligisten Aalborg ein. Ähm, ja, 20% der Anteile, nicht groß wichtig für uns, trotzdem vielleicht interessant für heute den Weg von Hitzesberger verfolgen. Interessanter definitiv Sven Missentat, die Gerüchte hängen sich schon länger hier, ähm, aber er wird wohl, so klingt es hier raus, auch von Plattenberg berichtet worden, auch von vielen anderen berichtet worden. Er steht wohl kurz davor, technischer Direktor bei Ajax Amsterdam zu werden. Die Gespräche mit Edwin van der Sar, auch eine Legende, äh, der da verantwortlich ist, liefen scheinbar gut, letzte Vertragsdetails geklärt werden, endgültige Entscheidung könnte diese Woche sogar noch fallen. Also, Ajax Amsterdam, wie, glaube ich, die meisten erwartet hätten, wahrscheinlich auch eher die meisten Missentat-Sympathisanten erwartet hätten, vielleicht noch, äh, das hinzugefügt, ähm, wird der Mann nach oben fallen. Nein, Ajax Amsterdam ist ein deutlich anderes Kaliber als der VfB, er fällt nach oben, er macht einen Fortschritt quasi nach der Entlastung, nach der Trennung, wie auch immer. Ähm, ja, geiler Move, Ajax spielt, ja, offensiven Fußball, junge, junge, junge Talente, die es immer wieder weiterverkaufen, dann hat noch mal ihre Champions-League-Saison, wo es ins Halbfinale gekommen sind, immer wieder so Ausreißer-Saison im positiven Sinne. Also, klingt nach einem geilen Fit, technischer Direktor ist wahrscheinlich auch ein bisschen weniger oder ein bisschen raus aus der Öffentlichkeit, sag ich mal, vielleicht ein bisschen mehr im Hintergrund noch, ein bisschen mehr Scouting, klingt auf jeden Fall sehr geil für Sven Missentat und, ja, viel Erfolg ihm dort. TV-Rechte-Vergabe ist auch eine ganz kurze Kategorie hier, aber wurde berichtet, ähm, dass, ja, das Branchenportal Spropis hat es berichtet, dass die DFL einen neuen Anlauf um die sogenannte No-Single-Bio-Rule loswerden will, bedeutet, es gibt aktuell das Alleinerwerbsverbot, ähm, heißt, dass eben nicht, zum Beispiel Sky oder sowas, nicht einfach Bundesliga, Zweite Liga, Champions League, Euroleague kaufen kann, alles anbieten kann, sondern dass eben das möglich ist dadurch, dass es diese No-Single-Bio-Rule gibt, ähm, damit keiner so ein Monopol da hat, dadurch eben jetzt The Zone ist mit dabei, Prime ist dabei, du hast Sky dabei, verschiedenste Geschichten, darüber wollen sie wohl reden, ähm, für die Medienrechte ab 2025, 2026, äh, darüber wollen sie da reden, dass das vielleicht wieder möglich ist, ne, das wäre schon mal ganz geil eigentlich, weil, klar, das ist auch die Frage, wie teuer das wird, aber ich glaube, für uns Konsumenten wäre es schon viel, viel geiler, wenn die einfach sagen, yo, hier, lass doch einfach einen dicken Fisch alle kaufen und du hast ja wirklich in einem Abo dann alles drin, Bundesliga, Zweite Liga, Pokal, Champions League, Euroleague, Conference League, Premier League, mal ganz übertrieben gesagt, alles, wahrscheinlich werden immer trotzdem auch so ausländische Geschichten oder so, dann wieder irgendwie anders gegeben oder Conference League läuft noch irgendwo anders wie bei RTL, aber es wäre schon geil, wenn du einfach, ja, einfach die, die Menge an Anbietern minimieren würdest, ne, also wäre ich auch dafür, äh, dass sie da, da hinterher sind und, ja, mich juckt diese No-Single-Bio-Rule nicht, also können sie von mir aus gerne so machen, wenn es dann dadurch für uns Konsumenten einfacher wird, äh, ja, die Abos zu erwerben, ne. Und auch hier eine ganz kurze News, ähm, aber halte ich mal auf dem Stand, auch als VfB-Fan, auch als Fan von den Jungs, der SDR-Podcast ist schon seit längerer Zeit, äh, beendet ist wahrscheinlich mittlerweile das falsche Wort, wohl eher pausiert, sag ich mal, ähm, Ricky Palm und Butze, ähm, ja, machen einfach einen geilen Job, da haben einen geilen Job da gemacht, wäre geil, wenn sie zurückkommen würden, ähm, und da gibt es wohl auch die Pläne, hieß immer wieder so kurz auf Twitter von Ricky Palm oder auch vom SDR-Podcast, äh, Account dann eben, dass man an was plant und mal guckt und hier und da, ähm, und jetzt gab es auch quasi, äh, nochmal die Frage an, an die, und dann kam die Antwort Sommer 2023 mit so, ja, Mittelfinger und Zeigefinger, vor, ja, zusammengebaut quasi, so, fällt es deutsch gerade nicht ein, so Fingers-Crossed-mäßig, also sie hoffen wohl auf Sommer 2023, dass da ein Comeback gibt, vielleicht dann eben zur neuen Saison, Sommer ist ja auch, äh, ja, zu interpretieren, was Sommer heißt, wahrscheinlich zur neuen Saison, dann, ähm, wäre auf jeden Fall, glaube ich, für uns alle VfB-Fans geil, wenn die Jungs zurückkommen würden. Stuttgart Arena gab es auch vor kurzem schon, hat auch schon ein bisschen, äh, ja, für, für Wirbel gesorgt, online, sag ich mal, ähm, dass nämlich nur zwei Spielstätten von den deutschen Standorten für die Heim-EM 2024 nicht umbenannt wurden, der Rest wurde umbenannt, keine Ahnung wofür, für irgendwelche, ja, rechtlichen Geschichten in manchen Fällen wahrscheinlich auch, damit es irgendwie für, für ausländischen Fans und Medien irgendwie geiler ist, äh, wurden ein paar Sachen umbenannt, ähm, Olympiastadion Berlin bleibt so, wie es ist und das, äh, Rhein-Energie-Stadion von Köln wird zum Cologne-Stadion, ne, einfach verenglisch den Scheiß, ähm, Signal Iduna Park von Dortmund wird zum BVB-Stadion Dortmund, ähm, Merkur-Spiel-Arena wird zur Düsseldorf-Arena, ist okay, glaube ich, ähm, der Deutsche Bankpark, wahrscheinlich da auch rechtliche Geschichten, ähm, wird einfach zur Frankfurt-Arena, auch okay, ähm, das ist wirklich das Einzige, wo ich sage, geile Änderung, das kommt irgendwie richtig böse, finde ich, das klingt irgendwie echt geil, die Felddienst-Arena, also Schalke, wird zur Arena auf Schalke, irgendwie geil, das hat was, das hat was, der Rest ist halt so ein bisschen langweilig, in der Düsseldorf-Arena, ähm, tatsächlich das Volksparkstadion in Hamburg bleibt so, bekommt dann eben den Zusatz Hamburg, also Volksparkstadion Hamburg, ähm, die Red Bull-Arena, ich glaube, das muss man auch ändern, dann einfach, äh, wird jetzt zum Leipzig-Stadion, also da auf einmal Stadium, nicht Stadion, ich weiß es nicht, oder nicht Arena, ähm, das liegt auch wieder maximal kacke, die Allianz-Arena, gut, auch ist das schon nicht der krasseste Name, da wahrscheinlich wieder rechtlich mit dem Namen, wird zur Munich-Football-Arena, also dieser Mischmasch aus, aus irgendwie Englisch oder sehr englischen Wörtern zu deutschen Wörtern, ist auch komisch, äh, und bei uns Mercedes-Benz-Arena, auch da wahrscheinlich Mercedes-Benz irgendwie schwierig ist, mit reinzunehmen, wird zur Stuttgart-Arena oder Stuttgart-Arena, wahrscheinlich ist das alles irgendwie ein bisschen englisch gedacht, ähm, nur, dass wir hier auch mal reinnennen, weil, witzige Namen dabei, Stuttgart-Arena können wir auch mitleben, glaube ich, und wirklich, Arena auf Schalke kommt echt geil irgendwie. Trainer-Wechsel-Rekorde, machen wir damit weiter, wir hatten jetzt, also der Kicker hat hier einen Post gemacht, seit 2007 haben wir, äh, 21 Trainer rausgeschmissen, also mit dem 2-7er-Trainer zusammen sind wir dann bei 22 Trainern in Summe, nur Schalke 04 ist noch vor uns, sie haben 24 Trainer verschlissen, was man hier dazu sagen muss, ähm, der HSV ist nicht mit drin, weil sie ja aktuell kein Erstligist sind, der wird wahrscheinlich auch noch oben mit dabei sein, Bochum 17, äh, auf Platz 3 und ganz unten Freiburg, nur 3 Trainer seit 2-7, also insgesamt dann 4, ähm, ja, ist nichts Neues, glaube ich, aber trotzdem wieder mal zur Verdeutlichung, was hier abgeht, und natürlich auch ganz klare Geschichte, da habe ich auch erst recherchiert, äh, für meinen VfB auf Instagram, dann 4 Defi-Pokalspiele haben wir jetzt, und dann auch 4 VfB-Trainer, habe ich auch schon gesagt, glaube ich, auch im Labbadia, ne, nicht im Labbadia, im, im Hünnes-Video, ähm, ähm, Matarazzo gegen Dresden, Wimmer gegen Bielefeld, Labbadia gegen Paderborn, und jetzt dann Hoeneß gegen Nürnberg, auch ein Rekord, äh, den wir neu aufgestellt haben, das man wirklich 4 Runden hat und 4 verschiedene Trainer. 1893. oder 1893. Spiel in Bochum, ähm, auch bekannt schon, sie haben nochmal den Aufruf gemacht, alle nach Bochum, gut, den Aufruf braucht es, glaube ich, nicht mehr, weil es ja schon alles ausverkauft seit Wochen, ähm, aber wer vor Ort ist dort, es gibt Schals am Gästeblock, 5 Euro für den Motto-Schal-Einpacker, wahrscheinlich wird eben genau das eben draufstehen, der VfB wird am Sonntag in Bochum sein 1893. also, ne, Gründungsdatum, daher ist das das coole, ähm, Drückengründungsjahr, ähm, sein 1893. Bundesliga-Spiel bestreiten, äh, hoffentlich natürlich erfolgreich, ne, in Bochum. Müssen wir liefern, ganz simpel. Pokalfinale und Relegation, äh, hier hat der Vertikalpass schon vor kurzem gespielt, der B2-Run oder B2-Run, keine Ahnung, äh, Firmenverlauf in Stuttgart wurde vom 1. Juni auf den 31. Mai vorverlegt, um eine mögliche Kollision mit dem Relegationshinspiel zu vermeiden, äh, ja, haben sie schon, haben uns auch noch geschrieben, die Organisatoren haben, haben offenbar mehr Hoffnung als die meisten VfB-Fans, ähm, denn ist ja immer noch vollkommen drin, und aktuell auch, wäre schön auf Platz 16 zu sein im Vergleich zu Platz 18, ist ja auch klar, ähm, und je nachdem, wie es in Bochum läuft, ist auch nur noch Relegation irgendwie möglich oder irgendwie zu erhoffen dann, äh, oder wie der Spieltag generell läuft die nächsten Spieltage, ne, ne, der Saisonverlauf noch, ähm, Relegation ist voll im Bereich des Möglichen und wie gesagt, wäre gerade auch besser und das Witzige da ist tatsächlich, äh, außer ich sehe hier irgendwelche falschen Daten, ist halt tatsächlich Relegation in dieser Saison zwischen dem Pokalfinale und das ist ja für uns auch immer noch möglich, ne, das ist halt so krank, Hinspiel ist der 1. Juni für 2022, 2023 diese Saison also, ähm, am 1. Juni Hinspiel und am 5. äh, Juni das Rückspiel und am 3. Juni, wenn ich das nicht falsch im Kopf habe, ist das Pokalfinale am Samstag. Mal gucken, also wenn wir wirklich ins Pokalfinale kommen sollten, was auch noch ein langer Weg ist, weil Nürnberg erstmal schlagen, nicht, nicht unterschätzen und danach natürlich auch noch Halbfinale bestehen und dann weiterkommen, ähm, das müssten die dann safe wieder irgendwie anders verlegen, ne, du kannst ja nicht uns am 1. am 3. und 5. spielen lassen, dann müssen sie wahrscheinlich Relegationen verlegen oder das Pokalfinale, tipp mal, eher Relegationen dann irgendwie verlegen als das Pokalfinale, das wird wahrscheinlich einfacher sein als das, ähm, sehr interessant, also wilde Zukunft kommt da auf uns zu, wenn es soweit kommen würde, dass wir Platz 16 abschließen und im Pokalfinale stehen würden. Und damit kommen wir zum Vorberichtspart zum Spiel Nürnberg gegen VfB morgen Abend und nehmen die Pressekonferenz so ein bisschen mit von heute Morgen, um 11 Uhr gab es Pressekonferenz mit Hoeneß, mit Werle und mit Wohlgemuth. Ähm, Werle hat da dezente Einblick gegeben, nochmal um bei Labbadia zurückzugehen, äh, der entlassen wurde, noch Vertrag hatte bis zur 25, ähm, er hat auf der PK mehr oder minder verneint, äh, dass eben diese lange Vertragsläufzeit nun für den Klub böse finanzielle Folgen hat, im Sinne von Vertrag auflösen oder irgendwie sowas, ihn halt eben entlassen, ähm, ja, wurde so beantwortet, die Frage von ihm, ähm, dass wir eben dadurch nicht die größten oder böse finanzielle Folgen, äh, ja, zu verzeichnen haben, was auch schon mal ein gutes Zeichen ist, hätte er sein können, dass er wirklich eine Millionenabfindung bekommt oder sowas, das hat man wohl scheinbar, wie es ja auch schon von manchen berichtet wurde, äh, im Winter so verhandelt schon, dass man da eben gut rauskommt aus dem Vertrag. Ähm, nun ja, Sebastian Hoeneß da, da gab es noch so ein bisschen, oder gibt es noch so ein bisschen Wirbelträume rum, dass der ja schon damals fast gekommen wäre im Winter und warum er es dann jetzt erst macht und damals irgendwie auch sich so ein bisschen scheinbar selber in die Gerüchte gebracht hat über Berat oder dies und das und quasi öffentlichkeitswirksam sich dann irgendwie doch wieder rausgenommen hat aus den Gerüchten und sowas, ähm, also so manche haben, kriegen da einen faden Beigeschmack von, bin ja nicht so tief drin und weiß auch nicht, was da alles genau stimmt, ähm, Plettenberg hat damals auch geschrieben gehabt, nächste Absage für Stuttgart, Hoeneß war einer der Top-Kandidaten und hatte auch großes Interesse, dennoch steht er nicht länger zur Verfügung, der VfB weiß darüber seit Donnerstagabend Bescheid, grundintern geht es einfach nicht voran, ähm, ja, ob sich das Interne bei uns jetzt groß geändert hat, groß verbessert hat, vor allem ist die andere Frage, aber das so ein bisschen Nebenschauplatz von der, ja, Übernahme jetzt von Hoeneß bei uns, ähm, David Gressidlo wird der neue Co-Trainer von Hoeneß und, ähm, Trares, Sachs und Kern, also das Team, Trainerteam von Labbadia, ähm, haben auch den Klub verlassen, ne, also hat bringt quasi seinen neuen Stuff so ein bisschen mit und dazu so ein paar im erweiterten Team, die man schon, die schon länger beim VfB arbeiten, aber Labbadia, was die, die Labbadia spezifisch mitgebracht hat, sind nun auch weg, ähm, auch ganz klar, Vertikalpass hat es auch geschrieben gehabt, gehe ich auch voll mit, nachdem nun ein Trainer beim VfB ist, dessen Spielphilosophie offenbar zum Kader passt, dazu später mehr in der Aufstellung, ähm, und niemand verletzt ist, sollte auch klar sein, jetzt müssen die Spieler liefern, kann ich genauso eins zu eins unterschreiben, gibt's gar nicht groß viel anderes zu sagen, ähm, Pressekonferenz wieder festzuhalten, hier hat auch jemand den Tweet gemacht, wenn sich jemand traut, kritische Fragen zu stellen, dann Werle so, mit so einem grimmigen Blick, er weicht schon sehr krass aus, also er weicht bei kritischen Fragen schon sehr, sehr krass aus, das ist schon auffällig, ähm, vielleicht auch einfach, vielleicht muss er es auch, ich hab keine Ahnung, auf jeden Fall nicht den solidesten Eindruck, aber muss auch sagen, da ist bei vielen ja auch schon so eine, so eine Grund, Grundstimmung drin, dass er selbst gute Sachen sagen könnte, und manche wären eben nicht so happy darüber, wie es es bei Leuten wären, die sie vielleicht mögen, ne, um das auch so ein bisschen aus, ja, fast, äh, ihn da so ein bisschen zu entschuldigen, sag ich mal, oder ihn so ein bisschen in Schutz zu nehmen, aber war wieder, ja, fand es keinen schlimmen Auftritt, aber, ja, die anderen haben es schon entspannter gemacht, besser gemacht, ähm, Wohlgemut auch aufgefallen mit der einen Aussage, dass hier Hoeneß ja damals bei, ähm, ja, bei Leipzig war im Bereich, im Jugendbereich, und er hat halt auch kein großes Ding, aber als VfB-Fan oder generell Fußballfan ist, glaube ich, trotzdem eine coole Sache, er hat eben einfach Red Bull gesagt, er hat nicht gesagt irgendwie, er war bei Rasenballsport oder bei RB Leipzig, ne, er hat bei Red Bull gearbeitet, schönes Ding, Wohlgemut fand ich auch auf jeden Fall im Vergleich zur letzten Live-PK, der letzte Live-PK war ja damals eben die mit Labbadia, Wohlgemut und Werle, ähm, und ich finde, Wohlgemut ist auf jeden Fall schon ein Tacken, nicht riesige Sprünge, aber auf jeden Fall schon ein Stück weit solider geworden, bessere Antworten gegeben als auf der Pressekonferenz, um das auch mal bei ihm festzuhalten, ähm, jetzt ein paar Aussagen von, äh, von, von, von Hoeneß, ich habe hier schon als kleiner Junge im Stadion gesessen, mitgefeiert, mitgejubelt, mitgelitten, habe hier als Jugendspieler gespielt, blicke auf wundervolle Erfahrungen zurück, die sind gestern am Klubgelände wieder hochgekommen, es ist besonders, hier zu sein, ich habe es vorhin in die Instagram-Story reingepackt, da auch natürlich gerne folgen, weil da kriegt ihr die News noch viel schneller mit, als in diesen Videos, ganz klare Geschichte, und ich sage es ganz ehrlich, als VfB-Fan, damit hat er mich schon, damit hat er mich schon, ich muss ja selber ein bisschen drüber grinsen gerade, aber natürlich auch nicht ganz ernst gemeint, von wegen, jetzt hat er mich überzeugt, ne, aber damit hat er mich schon, mit so Sprüchen, auch Sachen, die man eben abnehmen kann, es ist ja faktisch da, er war früher da im Stadion, hat ja Dieter Hoeneß, glaube ich, sein Vater, ne, der war es, hat da auch noch als Jugendspieler gespielt, US-17 da in der Meisterschaft gewonnen, dem nehme ich das ab, dass er hier Bock drauf hat, dem nehme ich das ab, dass es was Besonderes ist für ihn, das ist nicht dieser Klassiker von wegen, ich habe schon immer in VfB-Bettwäsche geschlafen, den irgendwelche Leute sagen, der halt einfach nicht stimmt, sondern das kann man ihm abnehmen, deswegen freut mich so eine Aussage auch, freut sich riesig hier zu sein, und für ihn, wie gesagt, ist der VfB ein besonderer Klub, ähm, dazu auch, Mannschaft hat Potenzial, es geht darum, dieses Auszuschöpfen, wir müssen geschlossen als Mannschaft agieren, habe selbst viermal gegen den VfB gespielt, es war jedes Mal unangenehm, es gilt jetzt genauso unangenehm zu sein, wir haben die Chance, eine Stimmungsumkehr zu schaffen, ich glaube fest an die Mannschaft und den VfB Stuttgart, deshalb sitze ich hier, auch nochmal eine gute Aussage, ähm, generell muss ich sagen, ja, das ist natürlich nicht irgendwie sonst was Besonderes gesagt, oder irgendwie, keine Ahnung, was für einen Auftritt gehabt, aber ich fand einfach wirklich ein solider Auftritt von Hoeneß, klare Aussagen, sich nicht groß in die Karten gucken lassen, was ja auch logisch ist, irgendwie, ne, Spielplan, dies, das, ähm, aber einfach ein solider Auftritt, ein selbstbewusster Auftritt, klare Worte, wenig sich verhaspelt und so Geschichten, auch eine Präsenz da irgendwie gehabt, wenn eine Frage kam und er irgendwie so ein bisschen übergangen wurde, da gab es auch so eine kurze Szene, wo man sagt, die muss noch eine Frage beantworten davor, auch, ne, klare Sprache, klare Worte, selbstbewusst, fand ich einen guten Auftritt von, einen guten ersten Auftritt von Sebastian Hoeneß auf der PK, was natürlich am Ende auch für den Spiel, für das Spiel dann, für das Spiel in Nürnberg auch keine Aussage hat, wie man auf einer PK redet, aber erstmal ein guter Eindruck. Erster FC Nürnberg, kommen wir hier zum Klub, ähm, der nun auch schon einige Trainer diese Saison, ja, beschäftigt hat, angefangen mit Robert Klaus, der lange dabei war, auch bei uns ja kurz in Gerüchten war, zumindest genannt wurde, näher wurde es ja nie, ist ja auch jetzt nicht bei uns Trainer, ne, äh, Markus Weinzierl übernommen, auch nur 13 Spiele gehalten, lief auch nicht so gut, Klaus 1,35-Punkte-Schnitt, Weinzierl 1,38-Punkte-Schnitt, jetzt ist Dieter Hecking da tatsächlich, macht dann, glaube ich, wirklich die Doppelfunktion oder über irgendwer anders, hat die Sportvorstandsfunktion übernommen, weiß ich nicht genau, ähm, bis Saisonende ist das geplant erstmal, ist ja auch als Trainer bekannt, Dieter Hecking, ähm, kann die Rollen, ähm, und hat auch in 5 Spielen letzten 1,40-Punkte-Schnitt, also auch keine große Besserung, ist, äh, glaube ich, auch nicht so die schönste Kost der Nürnberg-Fußball aktuell, ohne da jetzt tiefer drin zu sein, aber so, was man so liest zum Klub, ähm, ähm, letztes Spiel knapp verloren, 0-1 zu Hause gegen Darmstadt, die aber ja der Liga größer sind, um halt diesen komischen, komischen Wort auch mal zu benutzen, hier, äh, sind ja gerade aktuell Tabellen Erster, 55 Punkte, 4 Punkte Abstand auf Heidenheim und 5 Punkte von HSV auf Platz 3 und sogar 11 Punkte auf Platz 4, St. Pauli ist auch so ein kleiner Abstand zwischen 4 und 3, 6 Punkte Abstand, also von dem her gegen Darmstadt zu verlieren, ist, glaube ich, auch kein, nichts Besonderes und nicht schlimm, Nürnberg aktuell auf Platz 13, 29 Punkte, ähm, sind auch halt nur 3 Punkte vor Platz 16 und auch nur 4 Punkte vor Platz 17, St. Pauli ist ein bisschen abgeschlagen, mit 21 Punkten aktuell Tabellen Letzter, ähm, Hecking, wie gesagt, jetzt seit ein paar Spielen da, können Sie auch nochmal gucken, wir hatten das 0-1 gegen Darmstadt und Unentschieden in Bielefeld, die auch mit da unten mit drin hängen, wichtiger ist, gegen Braunschweig zu Hause, beim HSV verloren, was aber auch, glaube ich, ja, normal ist, ne, wenn man mal guckt, wer, wer tabellarisch wo steht, ähm, also schwierig, natürlich auch nicht krass, besonders zu bewerten, für eine Pokalrunde, Pokal schreibt die eigenen Gesetze, wie man so schön sagt, ähm, hat aber tatsächlich auch keine gute Offensive scheinbar, vielleicht auch ähnliche Probleme wie wir, erzielte mit 22 Treffern, nach 25 Spielen, äh, die zweitwenigsten Tore, in der zweiten Liga, ähm, von Abwehr her, auch ein Torverhältnis von minus 16, was auch eher in die Richtung von Platz 16 bis 17, oder 16 bis 18 runter geht, äh, äh, aber aktuell noch auf Platz 13, aber doch wirklich auch im Strudel mit dabei, in Richtung Abstiegskampf, natürlich eher als in Richtung Aufstiegskampf, und auch eher als in Richtung Mittelfeld, äh, Hacking sagt auch, Stuttgart hat sehr, sehr viel zu verlieren, ist auch 100% richtig, die sind ein bisschen gefestigter, Trainer ein bisschen länger da, natürlich auch bei uns vielleicht die Chance, dass eben neuer Trainer-Effekt kommt, vielleicht auch nachher in der Prognose dazu mehr, ähm, natürlich auch eine Riesenchance für die, muss man auch, muss ja auf beiden Seiten sagen, für uns ist es das quasi, das zweitbeste Los, was wir bekommen, hätten bekommen können, Nummer 1 natürlich logischerweise ein Heimspiel, ne, aber Nummer 2 auf jeden Fall Nürnberg, und dann einfach noch auswärts, für Nürnberg ist das das beste Los, was sie bekommen können, also Heimspiel gegen uns, als schwächste Restmannschaft der Bundesliga, im Pokal, ich glaube beide können sehr happy sein, gibt es keine, die irgendwie sagen, Pfannen von wegen am Ende, also kann kein Verlierer später sagen, ja, war auch das bessere Los für den Gegner, ich glaube wirklich das optimale Los für beide, ähm, von dem her, Hacking sagt auch, wir können sehr viel gewinnen, also für Nürnberg ist eine große Chance, natürlich auch ein Riesenspiel für die, für uns auch ein großes Spiel, äh, auch eine Chance eben einfach gut rein zu starten, in, in diese neue, ja, neue, mir fällt nichts anderes an, als Ära, aber mal gucken, wie lang es wird, äh, mit Sebastian Hoeneß, so ein Pokalsieg, und auch gutes Gefühl mitzunehmen, nach Bochum am Sonntagabend, auch sehr wichtig, äh, von dem her, mal gucken, Nürnberg definitiv, nicht der Favorit, oder weniger der Favorit, weil es ja Zweitligist sind, aber alles andere wird man auf dem Platz dann sehen. Aufstellung, kommen wir jetzt zur Aufstellung, auch nochmal zwei, drei Aussagen aus der PK von Hoeneß dazu, die Zeit ist knapp, viele Spieler im Kader, kenne ich noch von der Bundesliga, ich habe eine klare Vorstellung, wie wir es gegen Nürnberg angehen werden, wir haben heute eine Einheit, morgen eine Aktivierung und Mannschaftssitzung, dann ist schon das Spiel, es ist wichtig, dass es dann los, dass es dann direkt losgeht, und wir mit dem Spiel die Weichen für die nächsten Wochen stellen können, wir wollen einen nächsten Step Richtung Berlin machen, das ist morgen das Ziel, darauf werde ich die Jungs vorbereiten. Auch ganz klare Aussagen erstmal, ich stehe für einen spielerischen, offensiven, mutigen Ansatz, gepaart mit Grundtugenden, wie Leidenschaft und voller Einsatzbereitschaft, diesen Ansatz möchte ich mit den Jungs wählen, klingt auch schon mal gut, muss sagen, er war bei Hoffenheim ja echt, ich habe es auch schon ein bisschen gesagt in meinem Video gestern, zu Labbadia-Entlassung und eben Übernahme von Hoeneß, aber trotzdem nochmal kurz, es war okay in Hoffenheim, besser als glaube ich die meisten irgendwie im Kopf haben, Platz 11 glaube ich war es, und dann Platz 9 oder sowas, eben knapp gescheitert, wenn man jetzt guckt, wo gerade Hoffenheim ist, können die eigentlich auch nicht meckern, aber hat er wohl doch mit, mehr oder weniger, mit das Beste rausgeholt, was da ging aus der Mannschaft, hat auch viele Verletzungen gehabt, vor allem in der ersten Saison bei Hoffenheim, allerdings, deswegen wahrscheinlich am Ende auch die Entlassung dort irgendwo logisch oder irgendwo auch sportlich logisch, war schon ein ziemlicher Einbruch am Ende, ziemlich viele Spiele verloren am Ende und eben europäischen Wettbewerb, europäische Quali noch verpasst, deswegen werde ich auch da ein bisschen mal gucken, wie viel mutig offensiv und so, dann eben auch gerade für unsere Defensive und für Gegentore bedeutet, wird interessant zu sehen, aber auch hier wieder klare Aussagen und auch mal wieder was Neues eben, oder was Neues, ja doch was Neues, seit Labbadia quasi, sag ich mal, eben wieder mutiger, offensiver Ansatz, auch, was wir jetzt gleich bei der Ausstellung sehen werden, seine bevorzugte Formation, laut Transfermarkt.de, 3-4-1-2, passt auch in irgendeinem Sinne der Dreierkette, ist die Frage, was er morgen macht, weil er hat eben gefühlt keine Zeit bei der Mannschaft, sagt er einfach, komm, lass mal doch lieber ein paar Tugenden drin, die er kennt und er spielt vielleicht doch wieder Viererkette, aber ich hoffe natürlich, die meisten hoffen, dass er aus dem Kader das rausholt, was man rausholen kann, nämlich eigentlich eine Dreierkette, Wingbacks, dies, das, und von dem her hatte ich da jetzt auch mal eine Ausstellung gewählt, die ich auch so ähnlich schon mal gewählt hatte, vor Union, nämlich ein 3-3-2-2, und dann hinten Bredlo drin, nach vor Panos Anton Ito, rechts Wagnumann, links Sosa, in der Mitte Endo, da vor Haraguchi und Mio, und vorne drin Gerasi Tomasch, ist die große Frage, ob Gerasi von Beginn an reingeworfen wird, hat er eine halbe Stunde bekommen bei Union, mehr als ich erwartet hätte, aber ob man da vielleicht auch guckt, ey, lieber wieder per Einwechslung, und er ist sicher für Bochum fit, weil Bochum bleibt das wichtigere Spiel diese Woche, ist ganz klar, mit morgen im Stadion in Nürnberg und so Geschichten, viele, viele im Stadion morgen, also, du darfst da natürlich trotzdem gerne weiterkommen, so versteht mich nicht falsch, trotzdem immer noch vom Level her, Zweite gegen Erste Liga immer noch Favorit für uns, immer noch mehr oder minder Pflichtaufgabe für uns im Pokal, aber vielleicht gibt es da irgendwie Sachen, die einfließen für den Sonntag, eben für den Abstiegskampf, auch viele personelle Änderungen kann es geben, vielleicht spielt dann doch wieder ein Karasor, vielleicht bringt er auch Zagadu, vielleicht bringt er vorne drin, gibt es genug, Führig hast du vorne drin, du hast natürlich auch, wie ich gerade sehe, ich habe mir falsch vorgelesen, ich habe vorne drin Perea und Gerasi, also noch Tomasch als Option, nicht in der Startelf, wie ich es gerade vorhin falsch vorgelesen habe, Silas hast du vorne drin als Option, so Geschichten, mal gucken, was er macht, das wäre so eine erste Idee, ist die Frage, was er dann morgen macht, ist natürlich nicht groß zu erwarten, aber ich glaube, wir können uns schon vielleicht auch ein bisschen, ja, mit ein bisschen Vorfreude darauf gucken, wie die Aufstellung aussieht und eben mal wieder eine Dreierkette, mal wieder das erwarten, was der Kader vielleicht auch hergibt, mal schauen, was dann morgen Abend dann gegen 17 Uhr, normalerweise eine Stunde vor Spielbeginn, der VfB verkündet. Damit kommen wir zur Prognose, morgen Abend, 18 Uhr Anpfiff in Nürnberg, und ja, das ist ja ganz simpel, also du solltest als Bundesligist auf jeden Fall weiterkommen, es wäre ein super erster Start für Hoeneß, vielleicht auch irgendwie, ja, natürlich auch der angenehmere Start für Hoeneß, als jetzt, wenn er jetzt zum Beispiel gegen Bochum reingestartet wäre, der Klub wird natürlich Autospiel vollkommen ernst nehmen und wird da richtig Bock drauf haben, auch so eine Zweitliga-Saison, die vielleicht irgendwo im Mittelfeld endet, nochmal zu krönen, mit eben lange dabei sein im Pokal, mit einem Halbfinale, bei uns ja auch Halbfinale dann möglich, auch, haben wir auch gesagt, Step Richtung Berlin, mal gucken, ich glaube, wenn du weiterkommst, brauchst du im Halbfinale aber mal zu 100% ein Heimspiel, weil egal, was da weiterkommt, das ist Frankfurt, Union haben wir da, du hast noch Freiburg, Bayern, Dortmund-Leipzig, also nicht in der Reihenfolge, ich weiß gar nicht, wer überall genau Heimrecht hat, aber egal, wer da kommt, du brauchst sehr wahrscheinlich ein Heimspiel, damit du dir noch irgendwie Hoffnungen machen kannst, das Heimspiel wird dann übrigens auch wieder in der Woche mit einem brutalen Spiel danach, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist das in der Woche, englische Woche wieder, Dienstag, Mittwoch, wenn wir am Samstag nach dem Pokal-Halbfinale dann auswärts bei Berlin spielen, also bei der Hertha in Berlin spielen, das nächste Kracher nach dem Pokal, wie auch jetzt, Bochum ist ein absoluter Abschiedskracher und mehr oder minder mit ein entscheidendes Spiel, auch wenn danach noch weitere Sieben sind, aber ein sehr, sehr wichtiges Spiel, habe ich schon tausend Mal angesprochen, in Nürnberg werden sehr viele Zuschauer dabei sein, ist die Frage, wie viel es genau werden, weil Südkurve, Unterrang ist komplett der Auswärtsblock, also da schon mehr bekommen als normalerweise und dann eben im Oberrang ist die große Frage, was da ist, muss ja über Nürnberg-Fans rankommen oder über VfB, oder wie auch immer, neutrale Blöcke, deswegen wird es auch für den VfB schwer sein, genau rauszurechnen, wie viel VfB und wie viele Nürnberg-Fans da drin sind, der VfB hat auch nur geschrieben von mehreren tausend Fans, die einen begleiten, also das ist auch keine genaue Zahl, irgendwo in der Region von den 10.000, können wir uns vielleicht, ich glaube tatsächlich bewegen, wenn man so die ganze Euphorie, die ganzen Tweets und Infos und sowas dazu liest, ob es bis zu 15.000 werden, ich weiß es nicht, irgendwo im großen Raum zwischen von mir aus 8.000, 9.000 bis 15.000 werden wir uns bewegen, mal gucken, ich glaube die falsche 9.000 vor allem ist am Ende wieder dabei, die da gut Zahlen hergibt, letztes Mal in Nürnberg waren es ja glaube ich 10.000, als wir gewonnen haben unter Weinzierl mit 2-0 und das letzte Mal, als ich in Nürnberg dabei war, 2017 ist das wilde Spiel mit Florian Klein, Treffer in der Nachspielzeit, für mich immer noch mehr oder minder das Spiel, in dem wir auch aufgestiegen sind, dann 2017 das entschieden haben, da waren glaube ich wirklich 17.000, 18.000 Zuschauer da, also ganz, ganz wilde Nummer, wir müssen ja weiterkommen in Nürnberg, ich kann euch nicht viel taktisch zu Nürnberg sagen, bei uns ist auch die große Frage, wie treten wir auf unter Hoeneß, aber hoffentlich schon mal offensiver, mal gucken, ob wir in Gerasi noch mehr Hoffnung setzen können und dann eben das große Thema, neuer Trainereffekt, den es oft gibt, es wäre das erste Spiel noch einen neuen Trainer, hoffentlich kommt er einfach. Und natürlich noch der Tipp, bevor ich ihn hier vergesse, wird eng, mich würde eine Verlängerung auch ehrlicherweise nicht überraschen, ich sage trotzdem hoffentlich irgendwie ein enges Spiel, aber am Ende fahren wir es mit 1 zu 3 oder sowas nach Hause, dieser Klassiker von enges Spiel, vielleicht lange 2 zu 1, dann nochmal irgendwie ein Konto zum 1 zu 3 setzen, wäre natürlich schön, aber im Pokal, wie auch in Bochum, wie auch generell, jetzt beim VfB mittlerweile scheißegal wie, Hauptsache mal wieder gewinnen. Kohle, damit kommen wir zu dem Punkt, der natürlich auch sehr wichtig ist, zum Halbfinaleinzug gibt es ordentlich Kohle, nämlich schleimbar rund um die 3,35 Millionen Euro, die wäre natürlich sehr, sehr wichtig, vielleicht auch doch für eine kleine Abfüllung von Labbadia oder sowas, aber generell für den Klub ist es sehr wichtig, wir hatten es ja damals auch beim Weiterkommen, ins Viertelfinale dann eben jetzt, wo wir es ja hier 1,6 Millionen bekommen haben, wo wir gesagt haben, ah, ist ja geil, weitergekommen, quasi die Kohle eingenommen, die wir für Haraguchi und für Diaz im Winter bezahlt haben, 3,3 Millionen wären schon sehr, sehr geil, wenn man ins Halbfinale kommt. Der Verlierer im Finale würde 2,88 Millionen Euro bekommen und der Sieger im Finale 4,32 Millionen Euro, das noch zur Vollständigkeit. Dann kommen wir noch zum Abschluss, zu den Faninfos zum Spiel, wie gesagt, der VfB hat auch Faninfos rausgepackt, ist wie alles natürlich im Sammling unten drin, aber jetzt nicht so dermaßen wichtig, interessant ist eigentlich immer hier die Faninfos, wie viele da kommen, aber wie vorhin schon gesagt, wird von mehreren tausend Fans unterstützt und natürlich auch ganz klar, das Ding ist ausverkauft, es gibt keine Gästekasse, sollte klar sein. Dazu, interessant auch, Nürnberg öffnet erst um 16.30 Uhr das Stadion, 16.30 Uhr, 90 Minuten vor Anpfiff, heißt, hat der FCN auch selber geschrieben auf Twitter, kommt bitte möglichst frühzeitig, um die Einlasssituation ein bisschen zu entspannen und damit sich keine langen Schlangen bilden, das ist auch die Info für euch. Dann auch eine sehr interessante Info, die ich auch schon auf Instagram gepostet habe, bitte um Beachtung im Oberrang der Südkurve, in Anführungszeichen, Schwingungsthematik schreiben sie hier, in der Faninfo von Nürnberg. Aufgrund der besonderen Architektur und der Statik des Stadions bittet der 1. FC Nürnberg seine Besucher um Rücksichtnahme beim Stadionbesuch im Oberrang der Südkurve, also der Bereich, wo die ganzen, oder viele neutrale VfB-Fans sitzen werden, so auch ich. Hierzu sind folgende Punkte dringend zu beachten, der Oberrang dient ausschließlich als reiner Sitzplatzbereich. Das ist schon mal ein klares Statement. Und hier, der 1. FC Nürnberg ruft die Fans dazu auf, bei aller Emotionen für den eigenen Verein das koordinierte Springen auf dem Oberrang zu unterlassen, da hierdurch ihr selbst oder andere Fans zu Schaden kommen könnten. Appelliert auch an Personen in eurem Umfeld und helft mit, dies zu verhindern. Ist ja nichts Neues bei Nürnberg, dass sie so ein bisschen Baufälligkeit haben in ihrem Stadion, ein bisschen Instandshaltung, Probleme haben und man soll eben da nicht hüpfen. Es gibt auch Videos auf YouTube, auch schon von vor zwölf Jahren, habe ich gesehen, als der BVB-Auswärtsblock gehüpft ist, also Unterrang, Oberrang, gab es eben so ein bisschen Schwingungen vom Oberrang nach unten, so ein bisschen Schwingungen, wie sie es eben schreiben, durch das Hüpfen. Also auch schon vor zwölf Jahren war das so. Ich weiß nicht, was sie mit ihrem Stadion da machen, warum es da keine Verbesserungen gab, ob sie keine Cola dafür haben, keine Ahnung, was da falsch läuft. Heißt eben, für alle, die im Oberrang sind, also viele neutrale VfB-Fans, auch natürlich auch Nürnberg-Fans, müsste ja auch ganz klar so ein Mischmasch sein, dass man da nicht hüpfen soll. Schreibe mir auch von reiner Sitzplatzbereich, also ich glaube, du wirst schon aufstehen oder kurz aufspringen dürfen für einen Jubel oder für ein Abklatschen oder für, steht auf, wenn ihr Schwaben seid oder sowas. Plus dazu, auch hier das Thema koordinierte Springen auf dem Oberrang zu unterlassen und auch andere Leute ansprechen, dass sie es lassen, das ist ja nicht zu verhindern. Also wenn du da ein paar VfB-Fans hast oder generell Fans hast, wird auch, ohne da jetzt groß was bewerten zu wollen, aber vielleicht auch schon ein bisschen mehr Intus haben, alkoholisch, dann wirst du nicht verhindern können, dass da Leute springen werden oder wenn du das Spiel hoffentlich auswärts gewonnen hast, dann werden da trotzdem die Leute vor die Kurve laufen, vor die Auswärtswärts laufen, in 1893 angestimmt und alle hüpfen und wenn der Unterrang hüpft, also der Sitzplatzbereich, äh, der Sitzplatzbereich, der Außenbereich hüpft unter dir, wirst du auch oben mithüpfen wollen. Das ist ja nicht zu verhindern. Klingt schon sehr, sehr drastisch. Die Videos sehen auch sehr drastisch aus, teilweise wieder, wie es da mitschwingt, aber auch hier nochmal gesagt, habe ich auch nicht, ich soll hier reingepackt, glaube ich, ähm, die würden ja nicht den gesamten Oberrang freigeben, oder zumindest das Ding freigeben, weiß ich nicht, inwieweit jeder Platz da freigeben wurde, nicht mal eine Ticketseite im Kopf, ähm, von Nürnberg, wenn es da wirklich irgendwie, keine Ahnung was, im ganz drastischen Sinne eine Einsturzgefahr oder sowas gibt, dann würden die das ja nicht freigeben, ne, also sie wollen es nicht, weil sie wissen, wie es schwingt, dass es scheiße aussieht, dass es gefährlich ist und es vielleicht dann irgendwann quasi, wenn man jetzt Spiel für Spiel immer da gehüpft wird und so Geschichten, dann wirklich irgendwann nicht mehr freigeben können im Bereich, aber die würden ja nicht, da keine Ahnung wie viel da oben reinpassen, 10.000 Zuschauer oder sowas, in diesen Oberrang lassen, das Stadion ausverkaufen lassen, wenn das nicht sicherheitstechnisch passen würde, selbst wenn Leute springen würden, weil damit müssen die ja auch rechnen, dass sich da nicht jeder dran hält, ne, ganz klare Geschichte, um so ein bisschen Entwarnung zu nehmen, um auch mir selbst so ein bisschen Entwarnung zu geben, sag ich mal, das ist schon sehr, 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 sehr drastisch klingt natürlich, ähm, schauen wir mal, wie es dann im Stadion wird, ähm, hab auf jeden Fall sehr, sehr Bock drauf, Stimmung wird glaube ich sehr, sehr geil werden, vom VfB aus natürlich auch, auch von Nürnberg aus, 50.000 ausverkauftes Ding, gucken wie es von der Sicht her wird, wir haben ja diese lästige Tartanbahnen noch im Weg, die Laufbahn ums Stadion herum, ums Spielfeld herum, letztes Mal in Nürnberg war ich ja sehr, sehr tief, da war ich auch im Unterrang, ähm, aber, ja, da war die Sicht nicht so geil, hoffentlich ist im Oberrang ein bisschen besser, weil du eben von oben guckst, nicht so flach am Spielfeld sitzt, äh, was scheinbar auch sehr gut sein kann, dass es passiert, ist, dass der VfB eine Choreo macht, also die VfB-Fans eine Choreo machen, in welchem Sinn oder in welchem Ausmaß, gar keine Ahnung, ähm, aber scheinbar gibt's, oder gibt's Gerüchte darum, auch auf Twitter, auch geht es aus einem Polizeibrief, äh, zum Spiel aus Nürnberg hervor, ähm, dass es da Abstimmungen gab und so Geschichten, äh, dass der VfB auf Pyrotechnik, Knallkörper, Rauchpulver verzichten soll, was ja auch normal, auch Choreo-unabhängig der Fall ist, dass man darauf verzichten soll, ne, aber scheinbar, äh, deutet einiges darauf hin, gab auch Gerüchte auf Twitter von Einzelnen, dass wir morgen wohl ne Choreo planen, vielleicht gibt's ja auch da schon ne Choreo zu 18.93. Spiel oder einfach ne Choreo Richtung Pokalfinale vielleicht eher und die 18.93. Choreo dann, äh, in Richtung Sonntag natürlich an dem Spieltag, wo es dann auch passt, äh, aber auf jeden Fall scheinbar ne Choreo geplant, also wird, glaube ich, ein sehr, sehr geiler Pokalabend durch die Zeitumstellung natürlich auch noch heller dann, also wenn das Spiel umgegen 20 Uhr vorbei ist, hoffentlich mit Sieger von uns, sonst geht's ja noch weiter mit Verlängerung, aber 18 Uhr anfühst du grob 20 Uhr ist das Ding vorbei, Viertel vor acht, ist auch noch gut hell dann, wird, glaube ich, eine sehr, sehr geile Atmosphäre, trotz ein bisschen Flutlicht an ähm, und dann gucken wir mal, was das morgen wird, ich hab sehr, sehr Bock darauf. Und damit war's das von dem VfB News X, äh, FCN VfB Vorberichtvideo, sag ich mal, äh, lasst mir gerne eure Meinung zu jeglichen Themen hier in den Kommentaren da, wurde ja einiges, einiges angesprochen hier, weil eigentlich fürs Zuschauen das gerne ein kostenloses Like und ein kostenloses Abo da und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.